Hallo zusammen, ich als Besitzer eines Gourmet-Restaurants bilde mit Passion und Freude aus. Aber denkt daran, der Lernprozess ist nach der Ausbildung noch nicht fertig. Nützt die Plattform des Schweizer Kochverband mit diesen tollen Weiterbildungen. Das ist förderlich für eure Zukunft. Du bist Koch, du gehörst dem Schweizer Kochverband. Also bist du solidarisch und stolz auf deinen Beruf und meld dich jetzt an. Bis zum nächsten Mal.